Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA Coins, PSN Cards oder Xbox Live Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren, IG-Fall und MMOJRs, die Links und Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Fußball-Challenge, heute ist mal wieder Wakes mit am Start. Yo, was geht ab Leute, Wakes ist auch am Start und wir sind auf dem Fußballplatz, wie ihr schon gesagt habt, die Fußball-Challenge wird heute eskalieren. Genau, wir machen auf jeden Fall ein Elfmeterschießen, ich hatte es damals schon gegen meinen Bruder gemacht, der hat es richtig gefeiert, Elfmeterschießen in Real-Life gegen FIFA 17, das heißt, bleibt bis zum Ende dran, wir machen gleich noch FIFA 17 Elferschießen gegeneinander und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefällt, vielleicht packen wir mal wieder je ein paar Fußball-Challenges, die 5000 Likes Leute und schreibt jetzt in die Kommentare, was meint ihr, wer gewinnt? Ich oder er, der Lauch wird eh verlieren. Ich werde eh gewinnen Leute, ich werde eh gewinnen. Saver wird verlieren, ich würde sagen, wir starten direkt in den ersten Elfer, let's go. So Leute, Wakes fängt an, erster Schuss, wir werden es auch so machen, dass wir ein paar Special-Elfmeter raushauen, dass das nicht alles so langweilig ist, jeder von uns beiden hat einen Handschuh, ich würde sagen, Wakes-Likes haut direkt in Rabona raus, let's fucking go. Boah, pappen rein, Digga. Okay Leute, meine erste Elfer, ihr wisst nicht, Special-Elfmeter, Quareschma-Ausner-Elfmeter, Leute. Ready? Boah, Junge! Was ein Quareschma-Elfmeter, Digga, puh, da kannst du gar nichts machen. Du hast gesehen, ganz ehrlich ausgeguckt, Digga. 1 zu 1. Zweiter Schuss, Leute, ich werde ihn diesmal mit einem schwachen Fuß reinmachen, das werdet ihr nicht erwarten, Digga. 1 zu 1. Du bist bereit? Nee, oah! Nein! Platziert! Platziert in die Ecke! Okay Leute, nächster Elfmeter, ich werde den hochlupfen und dann Volley nehmen. Ich habe keine Ahnung, ob sowas erlaubt ist, aber ich habe das damals schon gegen meinen Bruder gemacht, das wäre heftig. Hast du gehört? Nee. Du bist bereit? Ja, Gott, du bist nicht. Okay, noch Anlauf. 2. Boah! Was haut der da raus? Hä? Ich weiß zwar nicht, ob das erlaubt ist. Aber egal Leute, ich scheiß drauf, Digga. Merkt schon, Kleine. Okay, wenn er sowas kann, dann kann ich das auch nur noch besser, Digga, guck zu. Hey, wer da reingegangen war? Wie heftig wäre er gewesen? Wie knapp der war. Leute, stellt mir vor, der wäre in den Winkel gegangen. Okay, bist du bereit? Was? Ja, mach schon, Digga. Ganz locker. Digga, du platziert, Alter. Ganz locker mit links, schwacher Fuß. Fünf Sterne, Digga. Okay, Leute. Ich muss ihn jetzt machen. 3 zu 1 für Gaming. Sonst hat er schon gewonnen, Digga. Ich mache jetzt alles sicher, komm. Gewonnen, Digga, komm. Einfach mit dem rechten Fuß alles sicher machen erstmal. Sicher muss sein. Okay, Leute. 3 zu 2, wenn ich jetzt treffe. Ist das schon durch hier? Deswegen, ich werde den letzten Lupfen wie in FIFA. Ich wisst das. Okay, bist du bereit? Du musst halten. Nein. Nein. Boah. Oh mein Gott. Ah, Digga. Willst du den noch geholt? Ah. Oh mein Gott, ey. Was war das denn? Ich wollte mich sehen. Du hast ihn an deinen Ecken. Ah, Digga. Ey, ihr habt's gesehen. Wie habt ihr den noch rausgeholt? Okay, das hast du dir verdient gehabt. Den zu halten. Das wäre heftig. Okay, aber wenn er jetzt verschießt, hat er trotzdem verloren. Weswegen? Ey, Leute. Wie habe ich den gerade gehalten? Man, einfach unfassbar. Ich musste ihn jetzt wieder machen. Ich lupf den rein. Easy going. Komm mal. Ein Ohr. Ey, da ging so ein Winkel, ne? Ey, Junge. Du hast verplögt. Du hättest ihn in der Ecke gewinnt. Gehalten. Okay, Leute. Jeder wieder ein Elfer. Jetzt werde ich mal richtig schießen. Die da einfach irgendwie hauptsache halten. Mit Druck. Jetzt bereit. Komm. BAM, Alter. Ganz locker. Ey, der hätte man's überarmen können. So gut war der ganz geschossen. Weil ich einfach Rabona King bin, nochmal ein Rabona zum Abschluss. Easy. Ich hab noch keinen Elfer gehalten, Digga. Was glaubst du denn? Egal, Leute. Egal, wir machen es im Elfmeterschießen sicher. Da werde ich gewinnen. Ab ins Elfmeterschießen. Let's fucking go. Okay, Leute. Also, ihr habt es gerade gesehen. Die Fußball-Elfmeterschießen-Challenge habe ich gewonnen. Leider, leider, leider. Jetzt geht es natürlich darum, dass du hier das Ganze mal ausholst. Leute, bevor wir starten, check gerne nochmal meinen Shop aus. Leute, ihr seht es. Wir haben hier die grünen Camouflage-Studies an. Die gibt es jetzt auch wieder in Größe. X, S, in S und so weiter. Also die ganzen kleinen Größen. Die haben wir eine lange Zeit ausverkauft. Jetzt gibt es sie also wieder. Ich weiß nicht, wie lange es die geben wird. Also, checkt schnell mal meinen Shop aus. Da gibt es natürlich noch viele weitere Sachen. Erster Link in der Beschreibung. Und ja, wir müssen starten mit. Starten mit. Diesmal muss ich dich fertig machen, damit ich hier noch einen Unentschieden rausholen kann. Okay, naja. Deswegen muss ich dieses Elfmeterschießen hier gewinnen. Ich bin Real Madrid. Das sind unsere Schützen. Ich bin Barcelona. Der Gaming is Barcelona. Ich bin eigentlich schon zu gewinnen. Okay, das ist eigentlich gut. Ich muss sagen, mach es mal ihr, Leute. Schreibt jetzt mal, bevor wir ins Elferschießen starten. Könnt ihr jetzt gerne mal raten, was meint ihr wer gewinnen. Schreibt entweder Real oder Barcelona in die Kommentare. Oder Wakes. Oder Gaming. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich bin auch gespannt, was ihr so denkt. Digger, ich muss mich jetzt voll Konzentration auf. Ganz ehrlich? Ich glaube, vom Ding her ist, du hast schon ein bisschen bessere Schützen, oder? Alter, wir sind genau gleich gute Schützen. Du hast Suarez, Neymar, Messi, ich habe Ronaldo, Bale, Moos, Modric und so weiter. Ich lasse die drei direkt am Anfang schießen. Ja, Digger. Komm, komm, komm. Ich bin ready. Bist du bereit? Ich bin auch ready, Leute. Okay, wir starten direkt erst selber. Let's go. Okay, Leute. Let's go. Komm, komm, komm. Du fängst an, ne? Du fängst an mit deinem ersten Schuss Suarez. Okay, Luis Suarez. Sooo. Okay, okay, okay. Ich muss den haben. Ey, guck mal. Nur Realfans bei dir. Ja, safe. Ich habe einen kleinen Vorteil von den Zuschauern, ja? Okay, ich bin bereit. Vielleicht schießen deswegen meine Spieler ein bisschen besser. Okay, komm, komm. Luis Suarez. Komm, los geht's. Suarez. Boah. Haut der direkt so ein drauf. Und hier passt der erste Schuss, Mann. Ey, unsere Kamera. Oh, die Cam hängt gerade. Aber egal. Es geht jetzt gleich weiter. Bist du bereit? Warte, wie lange hängt die denn wieder? Okay, die Cam ist wieder am Start, Leute. Hat gerade kurz gehangt. Okay, okay, okay. Christiano Ronaldo direkt. Christiano Ronaldo direkt. Come on. Und hier ist Digga. Und einfach in die Mitte. Boom, boom, boom. Digga. Der wäre heftig, der Lupa. Muss zugehen, Alter, Bro. Einfach auseinander, genau. Das sah krass aus. Okay, Neymar. Der nächste Schütze Neymar Junior. Komm, mach ihn rein, Digga. Zack, 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 zack. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nein! Hab ich! Ey! Navas mit den Beinen gehalten, Alter. Wieso ist da meine Hilfe bei Navas an? Oder bei dir ist das? Digga, das gibt es doch nicht. Ich mache raus. Richtig, Bro, sieht das bei dir aus? Ey, das gibt es doch nicht mit. Ich wollte eigentlich nach links schießen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht, ich gewinn die Challenge, Mann. Du hast mich eben abgezogen. Ey, was hab ich da gemacht? Ganz kurios. Komm, komm, komm. Oh mein Gott. Zwei mal in die Mitte. Er schiebt den einfach nur in die Mitte. Zwei mal in die Mitte. Durchgehend, Alter. Er schiebt den nur in die Mitte. Die nächsten schießen sich wahrscheinlich nicht in die Mitte. Und vielleicht doch. Okay, komm, Lionel Messi. Oh! Ich dachte, der geht an die Latte. Tu! Okay, der Schuss. Oh mein Gott. Der hat weh getan. Okay, das war vielleicht sogar der heftigste Ever, den es hier bislang gab. Der hat richtig weh getan. Aber guck dir jetzt diesen Anlauf an, Bro. Damit wirst du jetzt nicht rechnen. Damit wirst du jetzt nicht rechnen. Oh mein Gott. Ey, einfach rüber gelobt. Wär der reingegangen. Jetzt steht 2 zu 2, Alter. Mann. Rakitic. Hätte ich nicht gedacht, Alter. Komm, den musst du jetzt haben. Ich muss den jetzt einfach wieder mal halten. Okay, let's go. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Was haut der denn in die Mitte, Mann? Ganz locker, ganz locker in die Mitte. 3 zu 2. Das wird noch spannend. Das wird noch richtig spannend hier. Das ist echt. Okay, ich muss den jetzt machen, damit es wieder ausgeglichen ist. Ja, komm, ich hau mal raus hier. Modric, komm. Luka Modric gegen Ter Stegen. Hättest du nicht erwartet? Ja, du dannst es hier rüber, ne? Ja, Mann. Ja, ich wollte eigentlich auch ein äußeres Mann. Ich wollte ihn eigentlich rüberziehen, aber ich dachte mir, das weißt du bestimmt. Okay, Iniesta. Boah, 3 zu 3, come on. Okay, komm, komm, komm. Ich geh mit Iniesta in die Mitte. Vielleicht... Vielleicht schau ich den außen selber raus. Vielleicht haust du ihn raus. Schau mal. Richtig spannend hier. Richtig spannend. Wer wird das hier machen im Elfmeter-Schießen? Ich bin ready. 1 zu 3. Bislang alle eigentlich so fern getroffen. Okay, come on. Iniesta. Oh, nee. Mann. Alter. Du warst dir sicher, ich bin da recht. Ja. Gareth Bale. Gareth Bale. Sonst war es das für dich, Bro. Sonst war es das echt für mich. Sonst war es das absolut für dich, Bro. Okay, come on. Nein. Ich wollte nach links springen. Ich hab ihn gehalten. Obwohl ich nach links springen wollte. Ich wollte es richtig frech mit dem Lupfer nochmal am Ende machen. Der ist eben einfach in der Mitte schwimmen geblieben. Ey, fuck, Alter. Bam, Digga. Dann hat er mich abgezogen. Egal, auf meinem Channel gibt's die Revanche-Suite. Mach ich dich da fertig. Wie viel ist es ausgegangen jetzt? 3 zu 2 oder 4 zu 3? 4 zu 3 oder irgendwie so. Boah, der Lupfer wär so frech gewesen, ne? Guck ihn dir an. Guck mal, ich hab ihm schon zehnmal gesagt. Wenn du Lupfer in die Ecke machst, musst du sprinten. Ja, ich bin gesprintet. Nein, du bist langsam gelaufen. Normal bin ich gesprintet. Nein, das sieht man doch beim Elber. Hey, komm. Hey, Leute, merkt es euch, Leute. Falls ihr irgendwann mal einen Lupfer macht, ihr müsst sprinten. Ja, Mann. Wenn ihr sprintet, dann schmeißt der Torwart sich. Wenn ihr langsam lauft, schmeißt der Torwart sich nicht. Spiel zusammenfassend. Ja, Leute. Okay, das war's auf jeden Fall von diesem Elberschießen. Wisst Bescheid, Leute. Wenn ihr das öfter sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, lasst ein Like da. Aber vorher gab's ja auch noch die Fußball-Challenge. Es war wirklich viel Aufwand, dieses ganze Video zu drehen. Ja, Mann. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Lasst natürlich auch ein Abo da. Und, ihr wisst es, checkt seinen Kanal aus. Da haben wir das Ganze auch noch mal gemacht. Viele von euch haben's vielleicht noch nicht gesehen. Deswegen, checkt's gerne mal aus. Erster Link natürlich direkt in der Beschreibung. Und, ihr wisst es, Leute, falls ihr da mal kommt, auf den grünen Camo-Hoodie. Richtig fresher Hoodie, Mann. Richtig fresher. Gibt es in meinem Shop auch direkt ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Wie gesagt, den gibt's auch wieder in den kleinen Größen. XSS und so weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es den geben wird. Und, ja, könnt ihr gerne mal schnell auschecken. Das war's dann soweit, oder? Wir sind raus, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.